Egal, ob Kind oder Oldie, das ganze Leben steckt voller Pannen. Darüber staunt die Welt. Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben. Wo Bio aufhört, geht Hipp weiter. Wir lassen Kälber bei ihren Müttern und auch männliche Küken groß werden. Für ihr Baby dürfen nur beste Bio-Zutaten in unsere Gläschen. Und sie sind sogar klimapositiv. Das bedeutet, wir geben der Natur mehr zurück, als wir entnehmen. Damit die Welt unserer Kinder lebens- und liebenswert bleibt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hallo, jetzt gibt's das 1&1 Sommerspecial mit den aktuellsten Handys ab 0 Euro einmalig. Zum Beispiel das Xiaomi Redmi Note 11 zusammen mit der 1&1 All Night Flat zum endlosen Surfen und Telefonieren. Oder das Galaxy S22. Jetzt bei 1&1, immer inklusive kostenloser Buds. Heute bestellt, morgen da. 1&1.de Jetzt neu. Bitburger 0,0 Herb. Erfrischend Herb im Geschmack, ganz ohne Alkohol und Zucker. So gut kann Erfrischung schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Die innovativsten Unternehmen kommen aus einer Garage. Das stimmt. Hey Mercedes, dann zeig mal her. Na, kommt mit. So testet ihr Aerodynamik? Das ist noch gar nichts. Wow, ey. Hey Mercedes, pass auf. Das Licht erkennt Fußgänger? Smart. Erstmal entspannen. So viel Reichweite? Wow. Das nenne ich elektrisch. Elektrisch? Eher magisch. Übrigens, nette Garage. Mit noch mehr Auswahl und kostenfrei stornierbaren Hotels zu Toppreisen. Finden Sie Ihre Luxusauszeit auf secretescapes.de Komm in den Flow mit dem perfekten Start. Der neue Gillette Labs mit einzigartigem Reinigungselement. Entfernt Ablagerungen auf der Haut vor den Klingen. Für eine mühelose und saubere Rasur. In jedem Zug. Denn nur im Flow erreichst du deine Topform. Zeit dein Bestes zu zeigen. Gillette. Für das Beste im Mann. Schaut euch das an. Will mal wieder alles alleine machen. Wir liefern jetzt kostenlos. Viel einfacher so. Bitte keine Kasse. Ja, die Natur ist voller Wunder. Red Bull verleiht Flügel. Du beschäftigt. Wir liefern. Wie die 9 Kilo Buschwaschmaschine für nur 649 Euro. Mediamarkt. Eislaufen ist meine Leidenschaft. Ob ich meine Tage habe oder nicht. Ich brauche nur den richtigen Schutz. Die neue Always Ultra mit verbesserter Saugkraft. Für bis zu dreimal mehr Trockenheit. Und los. Schreib die Regeln neu. Always. Sei auch nachts bis zu 12 Stunden geschützt. Mit der neuen Always in Größe 5. Endlich Sommer. Zeit für mich. Zeit für Freundinnen. Neue Lieblingsrezepte für heiße Tage. Von frischen Salatideen bis zum Prosecco-Eis. Plus Extra Heft. 66 Lifehacks für die Urlaubszeit. Die neue Freundin. Jetzt im Handel. Hi, Jana. Bald ist Amazon Prime Day. Ich bin deinem Angebot. Und dich auch. Grund zum Feiern. Wir freuen uns auf dich. Von Elektronik und Wohnen bis Küche und mehr. Finde die Angebote, von denen du schon immer geträumt hast. Amazon Prime Day. Am 12. und 13. Juli. Wow, Naturtalent. Tja, sie hat eben besser geschlafen. Wow, diese Ausstrahlung. Tja, er hat eben besser geschlafen. Wix Sieg will gute Nacht. Wix Sieg will gute Nacht. Schneller einschlafen dank Melatonin. Mit Kamille, Lavendel und Baldrian. Ausgeschlafen fühlst du dich am besten. Wix Sieg will gute Nacht. Empfohlen von 86% der Verwender. Noch vor dem ersten Lächeln. Dem ersten Tritt und Test. Nimm Femi Björn Schwangerschaftsvitamine mit Fulsäure Plus. Diese fördert den Anstieg des Folatspiegels, der für die gesunde Entwicklung eures Babys wichtig ist. Femi Björn. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Meine Bank gehört mir, weil man als Gemeinschaft mehr Power hat. Meine Bank gehört mir, damit es um mich geht und nicht um die Bank. Und mir, weil mir nicht egal ist, was sie mit unserem Geld macht. Mir gehört sie auch, weil mir Werte nicht nur in Euro wichtig sind. Meine Bank gehört mir, damit neben Zahlen auch Menschen zählen. Wir gehören unseren Mitgliedern, denn wir sind Genossenschaftsbanken. Werde auch du Mitglied bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Mama, ich will lieber Markenpfleger. Und ich will manchmal lieber einen Sohn. Mama, willst du, dass die Markenherrscher noch reicher werden? Ich will einfach nur zur Kasse. Mama, ich will nur noch natürliche Inhaltsstoffe. Du willst eine noch größere Auswahl günstiger Drogerieprodukte? Dann geh doch zu Netto und spart dir den Weg zum Drogeriemarkt. Ein Grund zum Korkenknallen. Diese Woche verschiedene Sorten Light Life Alkoholfrei für nur 2,49. Hier sind wir, auf einer ganz normalen Straße mit ganz normalen Leuten. Hallo! Der da sucht gerade nach Empfang. Ziemlich erfolglos. Ähm, das würde ich nicht tun. Unten stehen nämlich deine Nachbarn aus Porzellan. Und zwar handbemalt. Auch das noch. Oh, pass auf. Naja, der hört mich eh nicht. Hallo! Kannst du mich hören? Ja, das hab ich kommen sehen. Für, für besten Empfang solltet ihr zur Telekom wechseln. Telekom? Ich bin doch nicht größer. Aber je mehr ihr seid, desto günstiger wird es. Lasst mich das kurz erklären. Bei den neuen Magenta-Mobil-Angeboten zahlt ihr zu viert im Schnitt nur 19,95 pro Karte. Und das im besten 5G-Netz. Lasst euch drücken. Oh, sitzt meine Glasur noch? Wenn alle Kinder zusammen spielen können, dann ist das ein Stück zum Glück. Die Initiative von Procter & Gamble, Aktion Mensch und Rewe. Mit jedem bei Rewe gekauften P&G-Produkt spenden wir für den Bau inklusiver Spielplätze. Inklusion kann kinderleicht sein. ProSieben präsentiert. Ein Podcast wie ein Schaumbad mit zwei Menschen, die man nicht mehr gehen lassen möchte. Ariana Barboury und Till Reiners. Endlich normale Leute. Nehmt euch mit in den Erlebnispark Mensch. Skurril, merkwürdig, menschlich. Jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos findet ihr im Web. Ein Außenseiter. Ich habe Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Mit einem Ausnahmetalent. Ich habe monatelang an diesen Büchern gesessen. Und vielen Geheimnissen. Wer sind sie? Er unterstützt Drogenkartelle. Hilft der Mafia, Geld zu waschen. Wer übernimmt solche Klienten? Oscar-Preisträger Ben Affleck. The Accountant. Sonntag, 20.15 Uhr. ProSieben. Das wird ein Genuss. Der Mega-Blockbuster präsentiert von Radeberger Alkoholfrei. Der glücklichste Tag seines Lebens. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Oh mein Gott. Ja. Veränderte ihn für immer. Katrina! Was willst du hier? Wie sind hier schlimme Dinge passiert? Und willst du diese gemeinen Terroristen töten? Ja, Sir. Du glaubst, das reicht, um mein Auswahlverfahren zu durchlaufen? Dylan O'Brien. Michael Keaton. Er ist zu weit, Stan. Hätte ich gesagt, ist er nicht. Aber er wird es sein. American Assassin. Sonntag, 22.50 Uhr. ProSieben. Spannende Unterhaltung mit dem Blockbuster am Sonntag wünscht Wodka Gorbatschow. Des Wodkas reine Seele. Was wäre, wenn es einen sicheren Platz für deine Daten gäbe? Ein Ort, der das beschützt, was nur dir gehört. Wow. Echt safe. Wenn das das Schutz ist, den du haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben willst, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben, kannst du ihn hier in deinem Galaxy haben. Und dann, wenn du ihn hier in deinem Galaxy haben.